Das ist der BMW von den 80er Jahren und das Handgebrief, das ist alles auch von deinem BMW und das Rahmen, dann ist es ganz eingebaut, Dinge geplammert und gebastelt, so dass BMW ist. Und das klingt so schön, klingt sehr zivilisiert, oder? Wenn du rund fährst, dass du Leute mit dem Fahrrad, dann musst du klaktionieren. Ja, das macht die Sache natürlich sehr sympathisch. Ja, das macht die Sache.